Okay, nächste Programmvorschau. Ja, ich hatte den David mal wieder in einem Gespräch gehabt am 19.10.2021. Ja, war auch nicht so geplant, aber die spontanen Sachen sind ja meistens immer auch ganz, ganz toll geworden. Gut, könnt ihr schauen, hören bei VK, BitChute, Bodisee und Rumble, die sich den Trailer bei Windows TV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.